Jolan True und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis. Und spannend werden auch die nächsten Tage bei all dem neuen Zeug, das jetzt wieder reingekommen ist. Anfangen werden wir jetzt aber mit dem, was du hier auf dem großen Bildschirm siehst. Ich weiß, da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Aber es ist, wie es ist, es ist da. Also reden wir drüber und heute über die Protektor. Und da einmal sozusagen über den Protektor-Loop. Bevor ich da jetzt aber einsteige, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, oder meine Videos magst, abonnier den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Und jetzt schauen wir uns die Protektor mal an. Also erstmal der Standard, es ist ein episches Vier-Sterne-Schiff und ein Explorer, also ein Forschungsschiff. Damit weißt du beim Kampfdreieck auch schon mal Bescheid. Und sie hat natürlich auch Fähigkeiten. Und vor allem hat sie zwei Fähigkeiten. Wenn du meinen Videos schon länger folgst, weißt du, dass ich vor dem letzten Arc schon gesagt habe, dass ich ein Schiff erwarte, dass das kann. Allerdings hatte ich ein Schiff erwartet von Enterprise oder aus dem Spiegel-Universum, das irgendwas damit zu tun hatte, jetzt hat die Protektor diese Fähigkeiten. Nämlich einmal den Quantenfluss. Da wird der Schaden gegen Spiegel-Universumsfeinde um 5000% erhöht. Und eine Erhöhung der Abbaurate von Rotrellium um 60.000%. Das war der Teil, den ich erwartet habe, aber es ist dann tatsächlich nicht passiert. Aber jetzt haben wir es. Du weißt, wenn du Trallium abbauen willst, du hast ja nur 20 Minuten Zeit, plus die Zeit, die du dazu bekommst, wenn du den Distrikt 56 ausbaust. Und das ist nicht viel Zeit zum Abbauen, weil die Abbauraten ja relativ niedrig sind. Und das wird jetzt um einiges erhöht. Jetzt lohnt sich vielleicht auch mal abbauen. Und dann hat sie noch eine Spezialfähigkeit. Auf die komme ich jetzt gleich. Denn was dir schon aufgefallen wird, ich habe auf Deutsch umgestellt, muss das jetzt aber nochmal machen, weil es immer noch alles auf Englisch ist. Ja, manchmal muss man einfach nochmal neu starten, damit es dann alles funktioniert. Das Schlimme ist, mir fällt es ja noch nicht mal so schnell auf, weil ich das Spiel ja auch ganz viel auf Englisch spiele, wegen der deutschen Übersetzung. Und da merke ich das noch nicht mal, außer ich will was gerade auf Deutsch sagen. Und dann merke ich, das müsste ich jetzt auf Englisch lesen. Okay, da stimmt was nicht. Aber genauso wie du siehst, an dem, was hier so grün drumherum ist, wenn ich zwischen den englischen und deutschen Videos switche, muss ich nämlich immer sowohl den Hintergrund ändern, als auch die Sprache im Spiel ändern. Und da hakt es dann tatsächlich manchmal. Du stellst die Sprache um und 90 Prozent bleibt aber in der alten Sprache. Aber das kriegst du tatsächlich weg durch die Lokalisierung oder das Spiel komplett neu zu starten. Und dann funktioniert das auch wieder. Und jetzt kann ich nämlich einmal auf die Spezialfähigkeit eingehen, weil du es auch lesen kannst. Die Protector ist immun gegen die Auswirkung der magnetischen Minenfeldgefahr im Spiegeluniversum und nicht nur da. Die gibt es nämlich auch in dem Bereich in der Galaxis, den du schon gesehen hast, wo diese neuen Invasionsgeschichten auch stattfinden werden. Die Invasion ist übrigens auch eine sehr konfuse Geschichte im Moment. Und da sind wir auch wieder bei der Sprache. In der deutschen Version hatte ich Systeme drinstehen, in denen angeblich diese neuen Feinde zu finden sind in den ersten Events. Da waren aber keine. Dafür waren sie in anderen Systemen. In der englischen Version standen die Systeme richtig drin. Also ist es manchmal sehr spannend, sich mal verschiedene Sprachen anzuschauen, solange man sie dann versteht, weil man dann solche Sachen hier erlebt. Aber zumindest jetzt funktioniert bei der Protector hier das, was funktionieren soll. Die Protector hat außerdem noch zwei Fähigkeiten, von denen man eine freischalten muss. Das ist die Feldreparatur. Über die Überholung dafür reden wir die Tage auch nochmal. Aber sie hat auch noch das Omega 13 Gerät. Wenn du Galaxy Quest gesehen hast, willst du das Gerät kennen. Und das ist allerdings eine sehr interessante Sache, die sie hier im Spiel eingebaut haben. Ich meckere ja viel über das Crossover. Aber das ist tatsächlich mal hilfreich. Denn die Protector ist tatsächlich nicht wichtig für diese Invasion gegen Ceres, was ja eigentlich der Teil aus dem Film ist, die miteinander zu tun haben. Die Protector hat im Film gegen Ceres gekämpft. Die spielt aber für die Invasion hier überhaupt keine Rolle. Zumindest bis jetzt nicht. Denn auch alle Fähigkeiten der Protector haben mit dem Spiegeluniversum zu tun. Und du kennst das Spiegeluniversum. Das sind die Planeten, wo du reinkommen kannst ins Spiegeluniversum. Das sind die üblichen Planeten. Und nördlich davon gibt es ja jetzt neue Spiegeluniversumsplaneten. Eben, du siehst, ein paar habe ich jetzt freigemacht. Das sind auch die einzigen, die man mit einer neuen Protector erreichen kann vom Warp her. Das ist nämlich das, was mich so nervt hier an diesem neuen Zeug. Weil da wäre ich lieber mit der Crozier reingeflogen. Wenn du Level 40, 41, 42 bist und die Protector bekommst, wirst du dich freuen, auch über die Stärke des Schiffes. Alles gut. Wenn du sie aber mit Level 57 bekommst und das das einzige Schiff ist, das hier wirklich reinfliegen sollte, bist du etwas angenervt. Weil meine Crozier ist zehnmal so stark. Nur in diesen Systemen, wo wir nicht nur eine neue Ressource finden, die man dann auch wirklich haben will, die man aber auch nur gebrauchen kann, wenn man die Protector hat. Dazu kommen wir gleich noch. Sondern in diesen Systemen gibt es eben auch dieses olle Minenfeld. Die gibt es hier und in den Invasionsgebieten. Und damit verlierst du alle fünf Sekunden ein Prozent deiner Hüllengesundheit. Mit einer Ausnahme bei der Protector. Die ist immun dagegen. Im Film war sie nicht immun, aber wir wissen ja dann, wenn alle, die den Film gesehen haben, wissen, was die mit den Minen gemacht haben und wie sie die eingesetzt haben. Aber die Protector kann da eben reinfliegen, ohne ein Problem zu haben. Und da sollten wir jetzt auch mal reinfliegen. Das dauert ja noch einen Moment. Ich muss ja wieder den Umweg fliegen, weil die haben was verbessert. Das hoffentlich jetzt gleich auch funktioniert, wenn ich es zeigen möchte. Was ich mir aber immer noch wünsche, ist, dass ich hier auf den Neva klicke. Und dann kommt da ein Knopf, der mir anzeigt, alle Token, die ich bezahlen muss. Und ich drücke einfach drauf, bezahle das, und dann fliegt das Schiff automatisch dahin. Das haben sie leider nicht gemacht. Auch wenn viele das schon angeregt haben. Das wäre so schön, weil jetzt kommen wir wieder zu dieser Klickerei durch Spiegel-Universum, die nur noch nervig ist. Weil jetzt klicken wir Axana, den Weg nach Axana an. Du kennst das noch. Du bist da hingeflogen oder hast angeklickt, dann fliegt das Schiff in den Kreis und dann passiert dir gar nichts. Dann durftest du nochmal wieder alles anklicken. Und da haben die eigentlich was verbessert. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. In meinem englischen Video hat es gerade funktioniert. Das ist so schweinewitzig wieder. Ich drehe das Video heute nicht zum ersten Mal. Ich habe heute, das liegt aber auch an der Hitze, die wir hier noch haben. Wir haben immer noch über 30 Grad. Und wenn du stundenlang filmst, ist das hier im Studio extremst warm. Und meine Technik mag das auch nicht immer. Ich habe heute das Video auch auf Deutsch schon zweimal gefilmt und schon wieder diese eingefrorenen Bildschirmprobleme gehabt durch die Hitze hier. jetzt habe ich noch einmal nur zwei Videos dann angesetzt, weil ich muss das ein bisschen strecken, weil es einfach die Geräte nicht lange genug durchhalten, weil ich es hier einfach nicht so extrem runterkühlen kann. Das ist halt nichts, wo man eine große Klimaanlage einbauen kann hier. und beim ersten deutschen Video, wo ich es gefilmt habe, hat es funktioniert, da hat es beim englischen nicht funktioniert. Jetzt habe ich gerade das englische auch noch mal neu gedreht. Da hat es funktioniert und jetzt funktioniert es hier im deutschen nicht. Denn eigentlich, und da lobe ich die Jungs mal, wenn es denn funktioniert, und das passiert ja auch, ich sage ja immer, ich will ehrlich sein, was die Spiele angeht, und eigentlich hätte das Schiff jetzt automatisch rüberfliegen sollen, nachdem ich nur einmal vorhin angeklickt habe, dann fliegt das Schiff rüber und dann geht es selbstständig auf Warp. Das hat wie gesagt die ersten Male, wo ich es auf Deutsch gefilmt habe, funktioniert. Nur auf Englisch nicht. Jetzt hat es auf Englisch funktioniert, jetzt funktioniert es auf Deutsch nicht. Ist total lustig. Vielleicht funktioniert es ja bei der zweiten Station. Weil das ist was, was sie wirklich verbessert haben. Du musstest nicht mehr in den Kreis fliegen, sondern konntest direkt anklicken, und sobald das Schiff dann im Kreis ist, angekommen ist, ist es alleine ins nächste System geflogen. Du musstest nichts mehr machen. Das war zumindest mal ein bisschen angenehmer. Du musst halt nur noch halb so oft rumklicken, wenn es denn funktioniert. Und diesmal scheint es wieder nicht zu funktionieren. Also muss ich nochmal draufdrücken. Ja, das ist absolut witzig. Das wechselt den ganzen Tag heute hin und her, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Das ist das ewige Rätsel von Scopely. In den ersten Systemen, den 40er Systemen hier, findest du ganz normale imperiale Schiffe, die du auch aus dem anderen Spiegeluniversum kennst. Deswegen jetzt diese lange Flugzeit, weil ich zu einem System will, wo dann was Neues kommt. Und wir sind ja gleich da, außer, dass wir schneller wären, wenn ich nicht dauernd zweimal die Knöpfe drücken müsste. Das ist nämlich tatsächlich kaputt anscheinend. Aber wir sind fast da, noch ein Sprung, und dann sind wir da. Ich muss jetzt nur das richtige System finden. Hier bei der Suche. Und dann sind wir da, und dann kann ich nämlich alles zeigen, was ich zeigen wollte. Aber es ist tatsächlich Spaß. Und es ist halt nicht nur dieses Invasionszeug, wo auf den unterschiedlichen Sprachen plötzlich unterschiedliche Sachen stehen. Auch der Shop ist total konfus. Da kommen wir ja gleich noch einmal kurz rein, wenn es um das Thema geht, wo bekomme ich denn die Baupläne für die Protektor her, wenn ich sie jetzt nicht kaufen will. Ich habe natürlich mal mir wieder, ich sage immer so schön, mir die Kugel eingefangen für meine Zuschauer, damit ich das Video machen kann, damit du dir so früh wie möglich anschauen kannst, wie das Ganze funktioniert mit der Protektor, was sie bringt. Es gibt eben einige Sachen in der Raffinerie, die siehst du nur, wenn du die Protektor hast. Bei der Forschung bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man es vorher sieht, aber auch die geht nur, wenn du die Protektor hast. Es gibt gerade Events, die funktionieren nur, wenn du die Protektor hast. Also, und gerade das hier zu zeigen mit dem neuen Material und so weiter. Und vor allem auch den Fähigkeiten der Protektor, da hatte ich gar keine andere Wahl, als sie zu kaufen. Aber das ist halt der Punkt. Ich habe tatsächlich ab und zu mal Kommentare, da, weiß nicht, da kommen Sprüche. Ja, du kannst das ja spielen, weil du so viel Geld ausgibst. Ich gebe das Geld für Sachen aus, die ich für die Videos brauche. Ich kaufe kein Material oder Ressourcen oder sowas. Wäre schön, dann wäre ich schon längst auf dem Weg zu 61, da, wo ich hin will, für weitere Videos. Aber selbst dafür tue ich das nicht. Aber für solche Sachen geht es nicht anders, wenn ich es für euch zeigen will. Und hier, das hätte ich auch noch ohne zeigen können, aber gleich kommen ein paar Sachen, die ich nicht zeigen kann. Gibt es nämlich neue Feinde. Das sind imperiale Omega-Sternenflottenkreuzer. Die haben auch eine neue Beute. Und das ist nämlich Omega-Rotrellium. Wir haben ja in den anderen Systemen Rotrellium A, Rotrellium D besorgt, um das dann gegen das jeweilige Flüssige auszutauschen. Und genau das brauchen wir jetzt auch bei dem Omega-Rotrellium. Das heißt, ich muss jetzt hier Schiffe angreifen und das Rotrellium einsammeln. Du siehst, wenn der Kampf jetzt vorbei ist, allerdings dann unter, bei meinem Schiff, unter der Schildgesundheit, dass die Farbe der Hüllengesundheit anders aussieht. Da ist ja sonst immer der grüne Balken oder der weiße Balken, stimmt, der weiße Balken. Und das ist jetzt so ein gelber Balken. Und je weiter der runter geht, wird er auch rot. Das ist sehr interessant dann, wenn du mit irgendeinem anderen Schiff hier reinfliegst, als mit der Protektor, weil dein Balken geht alle 5 Sekunden ein Stück weiter runter, durch nämlich das Minenfeld. Du siehst neben dem Namen, 45 Mirror Deniva, siehst du das Zeichen für dieses Minenfeld, der Stufe 10. Und das würde mir, wenn ich jetzt nicht mit der Protektor hier wäre, alle 5 Sekunden 1% meiner Hülle wegnehmen. Aber die Protektor ist ja immun. Du musst in den Spiegelsystemen ja aufpassen, dass du dort nicht zerstört wirst, sondern die wieder verlassen kannst mit deiner Beute, weil ansonsten ist die Beute weg. Und das willst du ja auf jeden Fall verhindern, dass du die Beute verlierst. Gerade mit der Protektor hier kann ich hier nicht besonders viel sammeln, weil die erstens nicht besonders stark ist, wenn sie neu ist. Und sie hat auch eine miese Warp-Reichweite. Die 45er sind das Beste, was ich erreichen kann. Und hier kann ich ein bisschen rumschießen. Also ich kann, ich werde in meinem Laderaum im besten Fall am Ende 1000 Roh- oder Omega-Roh-Trallium haben. Und das war es dann. Mehr schaffst du nicht. Und ich habe dann normalerweise auch einen Haufen Zeit übrig. Und deswegen versucht man natürlich immer so nah wie möglich an sein Limit zu gehen, wie viele Schiffe man abschießt, bevor man zerstört wird. Und eben an dieses Limit gehen ist ja manchmal sehr kritisch. Einer zu viel und das war es und die Beute ist weg. Aber jetzt kommt nämlich dieses nette Omega-Gerät ins Spiel. Wenn ich jetzt auf das Schiff klicke, siehst du das Zeichen für das Omega-Gerät, also Omega 13. Und das funktioniert jetzt vom Prinzip her genauso wie bei der Defiant mit einem Unterschied. Wenn du drauf klickst, kannst du jedes deiner Schiffe aussuchen, das im gleichen System ist. Im Gegensatz zu Defiant, nur außerdem sogar das Schiff, das es aktiviert, nämlich die Protektor selbst. Und das ist auch gut so. Denn die Fähigkeit des Omega 13 ist genial. Wenn das Omega 13 aktiv ist und das siehst du, es läuft für 10 Minuten, das machen wir gleich, und dein Schiff wird zerstört, wird das Schiff wieder hergestellt mit einer gewissen Menge an Hüllengesundheit. Wie viel das ist, hängt von neuer Forschung ab, die es auch gibt. Auch über die neue Forschung reden wir die Tage. Genauso wie über die Raffinerie, da ist sehr viel Neues drin. Deswegen werde ich heute nur einen Teil zeigen, nämlich den Umtausch vom Rotrellium kurz. Und alles andere, was jetzt neu gekommen ist, das ist eine Menge, machen wir dann in separaten Videos diese Woche noch. Einmal über die Raffinerie, einmal über die Forschung und gucken uns das dann in Ruhe an. Heute geht es ja sozusagen um den Loop. Das heißt reinfliegen, Feinde schießen, Beute sammeln, umtauschen und wieder von vorne. Das ist ja der Loop. Und damit beschäftigen wir uns heute. Und damit das mit der Beute aber auch garantiert klappt, benutzt man dann tatsächlich den Omega 13. Den aktiviere ich jetzt einmal. Ach Gott, da muss ich unten drücken. Indem ich unten auf Select, also auf Auswählen klicke. Dafür muss ich dann Omega 13 Materie bezahlen. Die braucht man eben zur Aktivierung. Die bekommt man glaube ich auch über die täglichen Geschenke und über die Raffinerie. Dann bestätigt man, dann ist das Omega 13 für 10 Minuten aktiv. Du siehst das sowohl neben dem Kopf des Captains, wo ja eh der Countdown für deine Zeit im Spiegeluniversum steht. Da steht dann aber auch nochmal der Countdown für das Omega 13. Und jetzt kann ich hier schießen, wie ich lustig bin und ans absolute Limit gehen, nämlich an das Limit, dass ich sogar zerstört werde, solange ich innerhalb der 10 Minuten bleibe und das Omega 13 aktiv ist. Solange kann ich jetzt Beute sammeln bis zu dem Punkt, wo ich zerstört werde, ohne die Beute zu verlieren. Und das ist tatsächlich das sehr Coole am Omega 13, weil ich dann nicht mit Hüllengesundheitsresten nach Hause fliegen muss, weil ich sicher gehen muss, dass ich auf jeden Fall heile hier rauskomme, sondern ich kann wirklich bis zum Anschlag hier dann die Feinde jagen und einsammeln und muss mir keine Sorgen machen. mit einem kleinen Punkt, den du gleich sehen wirst, aber dafür muss ich jetzt noch ein bisschen mehr Schaden anrichten. Du solltest trotzdem ein Auge unten auf das Schiff im Dock haben und auch auf das Symbol für das Omega 13. In ein paar Sekunden wirst du sehen, warum. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zwei oder drei Feinde abschießen muss dafür, aber wir werden es gleich sehen. Also halte jetzt mal ein Auge unten auf das Omega 13 Symbol, was da gleich irgendwann passieren wird. Wenn ich hier weiter auf die Feinde losgehe, die hier rumfliegen, also diese Omega Sternenkreuzer, dann werden wir das gleich sehen. Mein Schiff ist ja fast erledigt, aber noch nicht. Also nehmen wir noch ein. Augen auf das Omega Symbol. Hast du was gesehen? Das Omega Symbol ist weg, obwohl die zehn Minuten gar nicht rum sind. Mein Schiff wäre nämlich jetzt zerstört worden und das Omega, also das Omega 13, hat mein Schiff gerettet. Du siehst, ich habe jetzt sehr wenig Hüllengesundheit zurückbekommen. Das ist halt erste Stufe ohne Forschung, also Tier 1 ohne Forschung. Da gibt es natürlich nicht viel, aber mein Schiff lebt. Und, was wir auch nachsehen können, meine Beute ist noch da, die 1000 Omega Rotrellium. Es gibt dann natürlich auch Beutekisten und glücklicherweise ist da noch ein bisschen mehr drin, als in meinem Frachtraum. Das heißt, ich wäre nicht ganz ohne nach Hause gegangen, das sind nochmal knapp 1900. Also habe ich jetzt insgesamt so 2900 Rotrellium eingesammelt und muss jetzt nur noch nach Hause. Das Schöne ist, hier an diesem System, dass du, wenn du jetzt mit der Protektor am Anfang kannst du eben nur hier nach den Ewa gehen, weil du nicht mehr Warp-Reichweite hast, da hast du direkt nebenan ein Ausgangssystem. Das heißt, wir müssen jetzt nur nach Riegel fliegen, von dort dann einmal raus. Wäre noch einfacher gegangen, wenn ich nicht immer zweimal die Knöpfe drücken müsste. Ich finde das so witzig, das ist wieder der Vorführeffekt. Und das wechselt zwischen Deutsch und Englisch, ob es funktioniert oder nicht. Ich weiß, ich wiederhole mich gern mal, aber das ist einfach witzig. Und hier ist dann der Austritt ganz aus dem Spiegeluniversum raus. Da kommen wir dann auch direkt nach Hause. Und mit dem Roh-Trellium geht es dann, wie gesagt, in die Spiegelraffinerie. Und da hast du direkt vorne jetzt den Umtausch für Omega-Roh-Trellium in flüssiges Omega-Trellium. Das ist abhängig von der Stufe deiner Protektor, wie viel du kriegst. Du kannst es jetzt nicht sehen, in zweieinhalb Stunden kann ich wieder erst umtauschen. Aber ich musste das gestern Abend sofort umtauschen, um auch für die Events weiterzukommen. Aber das ist jetzt nicht ganz so maßgeblich, wie viel da drin ist. Das flüssige Trellium brauchst du dann eben für weitere Einkäufe. Und da sind ein paar sehr Nette dabei in der Raffinerie. Das machen wir, wie gesagt, die Tage. Und hier geht es nur drum, um den Loop. Feinde jagen, Roh-Trellium nach Hause bringen, was wir jetzt gleich machen können. Ich muss ja schon wieder den Knopf drücken. Ich habe mich vorhin so dran gewöhnt, an diesen Service, dass ich es jetzt zwischendurch dann vergesse, wieder drauf zu drücken. Aber Roh-Trellium ist gleich zu Hause. Dann Umtausch. Einkaufen sozusagen. Und dann wieder mit der Protektor zurück in die neuen Spiegel-Universums-Systeme. Neues Omega-Roh-Trellium einsammeln. Also noch mehr Grinden. Das heißt, wir haben ja in dem Spiel noch nicht genug zu tun. Jetzt ist nochmal ein komplett neuer Loop dazugekommen, wo man auch regelmäßig einsammeln muss. Ich schaffe noch nicht mal die, die da sind. Also ich muss so sehr Prioritäten setzen. Ich muss sehr viel arbeiten. Gerade, wenn die Technik so streikt wie heute. Ich hätte heute viel mehr Videos drehen müssen, also fertig drehen müssen. Am Ende waren es dann zwei für zehn Stunden Arbeit. Passiert. Aber auf jeden Fall kriegen wir dann trotzdem die Videos für die nächsten Tage noch hin. Keine Sorge. Aber das ist dann der Punkt, wo ich dann auch sage, ich schaffe das nicht alles. Ich muss mit der Amalgam mal wieder los. Ich muss Gorn schießen und einige andere Sachen. Aber das muss dann auch heute mal wieder liegen bleiben, weil ja jetzt auch noch die Invasion kommt. Gleich nachdem ich das hier gefilmt habe, kommt ja schon wieder eine neue Version in dieser Invasion dazu. Neue Feinde oder die Amadas oder was auch immer da heute Abend kommt. Deswegen habe ich auch noch kein Video über die Invasion als erstes gemacht, was ich eigentlich gerne gemacht hätte, weil die das Zeug jetzt so stufenweise bringen anscheinend und ich gar nicht komplett über die Invasion sprechen kann, bevor da mehr gelaufen ist und ich nicht gleichzeitig alles zeigen kann. Also ich muss mir nur überlegen, wie ich darüber überhaupt reden kann. Aber nichtsdestotrotz, es gibt für die, die, die die Protektor haben, jetzt ja auch noch ein paar Events, wo man Punkte kriegt für den Bau und fürs Upgraden und für die Forschung. Das ist halt nur zusätzlich für die, die sie sich gekauft haben. Die sie sich nicht kaufen wollen und ganz ehrlich, ich hätte sie mir auch nicht gekauft, wenn ich sie jetzt nicht für die Videos gebraucht hätte. Aber dann hätte ich es nämlich auch hierüber versucht, über die Events, denn hier im Event-Shop für die Invasion gibt es Protektor-Pläne. Ob man das schafft, man wird am Ende 250.000 von diesen Far-to-Cray-Augenklappen brauchen. Das ist ja eine der Währungen, die jetzt gerade in dem Event läuft, nur auch das ist wieder verwirrend. Da steht, das geht nur für die nächsten drei Tage. Das ist halt ein bisschen sehr kurz. Ich habe 2.500 von den Dingern, du brauchst 250.000. Also ich hätte es aber trotzdem versucht, mir die Baupläne hierüber zu besorgen und mir das Schiff nicht gekauft. Das war beim Borg-Würfel schon das Gleiche. Auch da habe ich es nur gemacht, weil ein Freund von mir eh schon bekloppt ist und mir den auch noch geschenkt hat. Aber es auch fürs Video halt notwendig war. Und der wollte halt auch das Video sofort sehen zu dem, wie funktioniert das Ganze und deswegen hat er halt auf dem Würfel bestanden und ihn mir tatsächlich geschenkt. Aber bei der Protector war es jetzt das Gleiche. Die habe ich jetzt natürlich gekauft, um sofort das Video machen zu können, um allen zu zeigen, wie es funktioniert. Natürlich den Unterlevel 40, weil das habe ich ja auch noch nicht erwähnt, aber da werden viele schon sauer gewesen sein. Wieder nur Ops 40, aber es hat mit dem Spiegeluniversum zu tun. Das ging gar nicht anders. Was willst du mit der Protector ohne Spiegeluniversum? Also war klar, dass das Ding, so wie es aufgebaut ist, nur 40 plus sein kann. Aber wenn dich darüber wieder aufgeregt hast, guck dir die Missionen an. Jetzt sind selbst die Missionen alle 40 plus und da war dann wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte wirklich wissen, was die rauchen. Jetzt sind die Seitenmissionen, die ja sonst, gibt es ja eine 25er Mission in der Vergangenheit immer, dann auch noch 40er als Seitenmission und dann noch irgendeine 60er, 60 plus eben dann für die auch noch. Jetzt gibt es keine 25er, zumindest habe ich keine gefunden, zwei 40er und die ganzen Seitenmissionen sind alle 60 plus. Also kein Kommentar. Nichtsdestotrotz kannst du jetzt versuchen über das Invasions-Event, das ja jetzt dann läuft, Ceres Invasionsflotte und wie gesagt, ich werde darüber auch noch mal reden, wenn mir klar geworden ist, wie Scopely das jetzt aufbauen will, weil da ist noch so viel verwirrendes Zeug dran, dass ich einfach noch kein Video dazu machen kann, aber es kommt noch und dann schauen wir mal rein. Aber auch wenn du die Protektor als 39-Spieler überhaupt noch gar nicht haben kannst oder sie dir auch nicht kaufen willst und auf das Event wartet, ist ja alles ganz gut. Ich habe sie fürs Video sozusagen euch geschenkt, aber Thema Geschenk ist nämlich eine ganz nette Geschichte noch. Ich habe am 19.8. Geburtstag und zwar einen runden Geburtstag. jetzt nicht falsch verstehen, was das Thema Geschenk angeht, denn ich habe mir einfach mal gedacht, warum soll ich denn nicht an meinem Geburtstag mal selbst was verschenken? Ich habe auf dem Discord jetzt schon einen Kanal eingerichtet, der heißt Gewinnspiel. Wer darüber gestolpert ist, wird gesehen haben, dass ich geschrieben habe, ab dem Donnerstagsvideo weißt du, was du zu tun hast. Das hier ist das Donnerstagsvideo. Ich werde es aber auch in den nächsten Tagen dann nochmal erwähnen, dass da keiner ausgeschlossen wird, der es verpasst hat. Wir machen ein kleines Gewinnspiel zu meinem Geburtstag und eigentlich ein sehr einfaches, aber da muss man schon raten und da machen wir kein Crossover, sondern das Einzige, was du tun musst, ist im Discord, in diesen Kanal, den ich da angelegt habe, für das Gewinnspiel einfach nur reinzuschreiben, was du glaubst, mein Lieblings Star Trek Film ist. sind ja, glaube ich, mittlerweile 13. Was denkst du, ist mein persönlicher Lieblings- Star Trek Film? Der ist schon extrem lange, mein Lieblingsfilm, so viel kann ich sagen, ohne zu viel zu verraten und einfach nur den Namen des Films als Kommentar darunter schreiben und alle, die die richtige Lösung haben, sozusagen, nehmen dann an meinem Geburtstag einer Verlosung teil. Ich muss an meinem Geburtstag es Montag eh arbeiten, dann filme ich auch das Video mit der Verlosung. Alle, die richtig geantwortet haben, bleiben dann hinter den Kommentaren drin. Ich werde irgendwann das Schreiben für alle anderen sperren nach dem Sonntag. Der Sonntag vor meinem Geburtstag, also der 18. ist dann sozusagen Stichtag. Um 18 Uhr abends am 18. schließe ich das Gewinnspiel und mache dann die Kommentare zu und alle, die da drin sind, da werde ich dann die drin stehen lassen, die die richtige Antwort gegeben haben. Die kann man ja dann schön nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5 und dann werde ich auf dem iPad ein Programm starten, das zwischen zwei Zahlen dann eine Zufallszahl raussucht und derjenige hat dann gewonnen und zwar eine personalisierte neue Outside Views-Tasse mit dem neuen Logo, das ich jetzt für alle Kanäle angelegt habe und mit dem eigenen Namen drauf. Den erfahre ich dann, das ist ja alles anonymisiert mit euren Namen bei Discord, aber das regeln wir dann per DM, dass du mir dann sagst, erstens wie dein Vorname ist, wenn du gewonnen hast und auch wo ich was hinschicken muss und das gibt es dann ansonsten nämlich nicht, weil in meinem Shop gibt es die sonst nicht mit dem eigenen Namen, das ist dann auch noch eine Besonderheit und das ist dann mein Geschenk zu meinem Geburtstag an einen meiner Zuschauer und deswegen hoffe ich, dass viele an dem Gewinnspiel teilnehmen und wie gesagt auch viele richtig erraten, was denn mein persönlicher Star Trek Film ist. Einziger wichtiger Punkt für die Regeln ist, bitte schreibt da nichts anderes rein, das lösche ich sofort raus und jeder kann nur eine Antwort da reinschreiben. Wenn jemand mehrere Filme da reinschreibt, weil er schlau sein will, am besten noch 13 verschiedene Kommentare für 13 verschiedene Filme. Sollte jemand mehrfach da reinschreiben, wird er halt rausgeschmissen. Aber eine Antwort pro Mitglied ist erlaubt und alle, die die richtige Antwort haben, haben dann die Chance auf das nette kleine Geschenk zu meinem Geburtstag. Ich hoffe, es machen viele mit. Ich hoffe, du machst auch mit und wer noch nicht auf meinem Discord ist, wer das gerade hört, ganz nebenbei. Schau in den angepinnten Kommentar unter dem Video, da steht genau drin, wie du an den Discord-Link kommst, dann kannst du da auch mitmachen. Und ansonsten schauen wir uns in den nächsten Tagen noch mehr von dem neuen Zeug an. Sollte ich irgendwas vergessen haben, was du zur Protektor wissen wolltest, dann schreib es bitte in die Kommentare, das erwähne ich dann gerne in einem der nächsten Videos auch nochmal. Aber ich denke, das war jetzt schon eine ganze Menge, deswegen habe ich eben auch Forschung und Raffinerie abgetrennt. Und wenn du jetzt nach dem langen Video in Adführungsstrichen noch ein weiteres Video sehen willst, ist das nächste hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.